Mein Bruder hat dir der linke Hund wenigstens ein bisschen Geld gegeben, damit wir wieder zurückkommen können. Hey, also was von Ohren? Ich rede mit dir. Kohlen, Geld, Kies. Für die Rückreise haben wir da was, oder nicht? Wir rufen ihn an, wenn wir unten sind. Du zuerst. Das hab ich gewusst. So, meine Augen trügen mich also nicht. Sag auch was. Natürlich, da ist er ja. Die beiden übersehen, den Kleinen. Hast du ne Macke? Tschüss.